Hallo Leute, in unserem heutigen Video werdet ihr einige der besten Bosch Smart Home Controller kennenlernen, die auf dem Markt erhältlich sind. Wir haben sie nach ihrer Qualität, Kapazität, Preis und Benutzerzufriedenheit kombiniert. Weitere Informationen findet ihr in der Beschreibung unten. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren oder unten auf das Glockensymbol zu klicken, um als erstes über unsere Videos informiert zu werden. Auf Platz 5 haben wir den Bosch Smart Home Controller. Zum Zeitpunkt meiner letzten Aktualisierung im September 2021 habe ich keine spezifischen Informationen zu einem Bosch Smart Home Controller mit der Referenz Nr. 8.750.00000.1. Es ist möglich, dass dieses Produkt nach meiner letzten Aktualisierung veröffentlicht oder aktualisiert wurde oder nicht weit verbreitet oder dokumentiert ist. Zentrale Steuerung Der Controller bietet eine einheitliche Schnittstelle, normalerweise über eine Smartphone-App oder ein Webportal, über die ihr alle eure verbundenen Geräte an einem Ort überwachen und steuern könnt. Dies vereinfacht die Verwaltung eures Smart Homes. Automatisierung Der Controller unterstützt oft Automatisierungsregeln und Routinen, mit denen ihr individuelle Szenarien und Zeitpläne für eure Smart-Geräte erstellen könnt. Zum Beispiel könnt ihr automatisierte Beleuchtungsroutinen oder Temperaturanpassungen nach euren Vorlieben einrichten. Auf Platz 4 haben wir den Bosch Smart Home Heizkörper Thermostat. Der Bosch Smart Home Heizkörper Thermostat 2 ist ein hochmodernes und intelligentes Heizungssteuergerät, das eure Heizung in ein intelligentes und energieeffizientes System verwandelt. Dieser fortschrittliche Heizkörper Thermostat ist darauf ausgelegt, präzise Temperaturkontrolle für einzelne Räume zu bieten und eine Vielzahl von Funktionen anzubieten, die den Komfort und die Energieeffizienz eures Zuhauses erhöhen. Hier ist eine ausführliche Beschreibung dieses innovativen Geräts. Funktionalität der mobilen App Eine seiner herausragenden Funktionen ist seine nahtlose Integration mit der Bosch Smart Home App. Die App ist mit Eis und Android-Geräten kompatibel und ermöglicht es euch, euer Heizsystem von unterwegs aus zu steuern und zu überwachen. Ihr könnt Temperatureinstellungen fein abstimmen, Zeitpläne erstellen und den Energieverbrauch beobachten, alles bequem von eurem Smartphone oder Tablet aus. Auf Platz 3 haben wir den Aotec SmartSynx Aotec Smart Home. Der Aotec SmartSynx Aotec Smart Home Hub ist ein vielseitiger und fortschrittlicher Smart Home Hub, der als zentrale Steuerzentrale für eure verbundenen Smart-Geräte dient. Kompatibel mit einer Vielzahl von drahtlosen Protokollen, einschließlich Civew, Zigbee und WLAN, Wi-Fi, ist dieser Hub darauf ausgelegt, die Automatisierung eures Smart Homes zu optimieren und zu verbessern. Hier ist eine ausführliche Beschreibung dieses leistungsstarken Smart Home Hubs. Integration der Sprachsteuerung Dieser Hub integriert sich nahtlos in Sprachassistenten wie Amazon Alexa und Google Home, sodass ihr eure Smart Home Geräte mit Sprachbefehlen steuern könnt. Bittet einfach Alexa oder Google Assistant, eure Lichter anzupassen, die Thermostat-Einstellungen zu ändern oder andere Aufgaben auszuführen, ohne ein Smartphone oder eine App verwenden zu müssen. Auf Platz 2 haben wir die Bosch Smart Home Bewegungsmelder Varianten. Der Bosch Smart Home Bewegungsmelder ist ein entscheidender Bestandteil eines intelligenten Sicherheits- und Automatisierungssystems, das Bewegungen und Aktivitäten in eurem Zuhause überwacht. Während ich keine spezifischen Informationen zu 8.750.018.000 bereitstellen kann, kann ich die gängigen Funktionen und Eigenschaften beschreiben, die ihr in einem Bosch Smart Home Bewegungsmelder finden könnt. Einstellbare Empfindlichkeit Viele Bewegungsmelder ermöglichen es euch, die Empfindlichkeitsstufen anzupassen, um Fehlalarme durch Haustiere oder andere ungefährliche Bewegungen zu vermeiden. Konnektivität Abhängig vom Modell können Bewegungsmelder verschiedene Kommunikationsprotokolle wie sie WAV oder SIGBI verwenden, um sich mit eurem Smart Home Hub oder Controller zu verbinden. Sabotageerkennung Einige Bewegungsmelder verfügen über Funktionen zur Sabotageerkennung, um euch zu benachrichtigen, wenn jemand versucht, das Gerät zu manipulieren oder zu deaktivieren. Auf Platz 1 haben wir das Bosch Smart Home Warnsystem für Feuer. Das Bosch Smart Home Warnsystem für Feuer ist ein umfassendes und fortschrittliches Brandschutz- und Alarmsystem für euer Zuhause, das die Sicherheit eures Wohnraums verbessern soll. Dieses Set umfasst drei Bosch Rauchmelder 2 und einen Controller 2 und bietet eine robuste Lösung für die frühzeitige Branderkennung und schnelle Reaktion. Hier ist eine ausführliche Beschreibung dieses wichtigen Sicherheitspakets für euer Zuhause. Erweiterte Raucherfassung Diese Detektoren verwenden fortschrittliche Sensortechnologie, um selbst geringe Mengen von Rauch zu erkennen und frühzeitige Warnungen vor möglichen Bränden zu geben. Batteriebackup Um einen kontinuierlichen Betrieb sicherzustellen, sind die Rauchmelder mit Batteriebackup-Funktionen ausgestattet. Das bedeutet, dass sie auch bei Stromausfällen funktionieren können. Benachrichtigungsalarme Wenn Rauch erkannt wird, senden die Rauchmelder sofort Benachrichtigungen an den Controller 2, der dann angemessene Reaktionen auslösen kann. Kompatibilität Diese Detektoren sind speziell darauf ausgelegt, nahtlos in die Bosch Smart Home Umgebung zu passen und eine einfache Integration und Steuerung zu gewährleisten. Fernüberwachung Ihr könnt den Status eures Brandschutzsystems auch aus der Ferne über die Bosch Smart Home App überwachen, was euch auch dann beruhigt, wenn ihr nicht zu Hause seid. 3 4 4 5 6 7 7 5 7 8 9 9 10 10 Vielen Dank.